Ich habe mich verlesen Schank Aber ich habe nicht mehr gewusst was Schank ist Scheiße Hey Fuck, oh well Oh ne Oh nein, ich habe Hilfe Der küsst mich Oh, ich kann treten Mir geht es nicht so gut, ehrlich gesagt Bäm Bäm Kommt hinter uns was vielleicht Wie heile ich mich? Ich habe die Kräuter Guck mal, er steht da nur Und alle wollen sterben Ich bin auch einer davon Und ich habe mir gedacht Hey, das sieht lustig aus Da gehe ich auch hin Oh Mann Ich bin da hingelaufen Und wollte noch zum Punkt Und eigentlich habe ich mir die Schuld gesperrt Und bin dann aber voll vor Reapers Gesicht gelaufen So wie ich? Aber ich habe ihn mitgenommen in die Hölle Hey Leute, da kommt man doch gar nicht mehr rein Ach, weil die Tür offen ist Weil die Tür offen ist Ich habe die Tür Oh Beh Oh Beh 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 Ah Bah Beh 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 Ah, auch in den Tod Katsch Oh nein, Juicy Habe ich dich erschreckt? Oh Ah Scheiße Scheiße Ich will euch irritieren mit meinem Geschrei, klappt das? Oh mein Gott! Geh es! Ich bin doch noch zu jung, um zu sterben. Ich greife ihn an dir! Also ich bin gar nicht so useless. Dann kriege ich, wenn wir gewinnen, so eine Kiste geschenkt. Also nie. Hör auf! Vorhin Pizza gegessen hat er voll die so Pizza Finger. Oh Pizza Finger, das klingt irgendwie komischerweise eklig und gleichzeitig geil. Ich glaube ich habe noch nie eine Runde Zufallshelden mit dir gewonnen. Ehrlich nicht? Kommt mir so gefühlt vor. Aber da haben wir überhaupt mal mit mir gewonnen. Also ich spiele den Modus auch nur mit dir, aber ich habe hier glaube ich noch nie gewonnen. Ehrlich nicht? Dann weißt du was das bedeutet? Dass wir nicht immer Zufallshelden spielen sollen? Ich wollte sagen, dass wir jetzt so lange spielen müssen, müssen wir mal gewinnen. Jo. Ja, der Torben da oben hat nur gedefft. Guck mal, wir haben Zufallshelden gewonnen. Ja, das ist unmöglich. Es wurde geschafft. Ah ok, gute Nacht, ne? Nein. Haha. Ja. 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 Ja.